Wusstest du, dass der Betrachter, eine der gefürchtetsten Kreaturen in den Welten von Dungeons & Dragons, nicht nur für seine tödlichen Strahlen bekannt ist, sondern auch für seine tiefe Paranoia und den Hass auf alles, was seine Existenz bedroht? Diese und viele weitere Fakten über die Welt dieser faszinierenden und tödlichen Wesen gibt es im heutigen Video. Los geht's! Betrachter wurden erstmals in den dunklen Tiefen des Abyss gesichtet, wo sie ihr Territorium mit einem eisernen Griff kontrollieren. Geschichten besagen, dass Betrachter durch ihre reine Kraft des Traumes und der Furcht anderer Wesen entstehen können, was ihre unglaubliche Vielfalt an Formen und Kräften erklärt. Kein Betrachter gleicht einem anderen. Neben ihrer Entstehung aus den Träumen anderer Wesen können Betrachter auch aktiv die Träume von Individuen beeinflussen, was sie zum Meistern der psychologischen Kriegsführung macht. Die große Mutter ist im Wesentlichen die Betrachtergöttin. Alle Betrachter kennen die große Mutter und es wird gesagt, dass sie die ursprüngliche Betrachterin war, die die anderen ins Leben gerufen hat. Sie ist in den Augen der Betrachter der Inbegriff von Wissen, Schönheit und Macht. Und obwohl sie von Natur aus Einzelgänger sind, verehren fast alle von ihnen überall die große Mutter. Niemand weiß genau, ob sie existiert, ob sie echt ist, wo sie lebt oder ob sie noch lebt. Die Hauptwaffe eines Betrachters, sein zentral gelegenes Auge, ist ein wahres Meisterwerk der Verteidigung. Es sendet einen mächtigen antimagischen Kegel aus, der in seiner direkten Linie jegliche Zauberei neutralisiert. Eine Fähigkeit, die Betrachter nahezu immun gegen Magieanwender und ihre Magie macht. Die um das Hauptauge herum angeordneten kleinen Augenstile verleihen dem Betrachter eine beeindruckende offensive Vielfalt. Ein Verzauberungsstrahl, der eine Kreatur be- oder verzaubert. Ein Versteinerungsstrahl, eine Desintegrationsstrahl. Ein Paralisestrahl für die Lähmung der Beute. Ein Angststrahl, der tiefe Panik auslöst. Ein Verlangsamungsstrahl, um die Geschwindigkeit einer Kreatur zu halbieren. Einen Schlafstrahl, der Name ist Programm. Ein Entkräftungsstrahl. Ein Todesstrahl, der viel Schaden verursacht. Und ein Telekinesestrahl, der es dem Betrachter ermöglicht, Objekte oder Feinde nach Belieben zu bewegen. Diese Mischung aus Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten macht den Betrachter zu einem der gefürchtetsten D&D-Gegner. Betrachter sind auch als die Terraformer der verschiedenen D&D-Unterwelten bekannt. Denn beim Graben in der Erde nach Schätzen, nach Nahrung oder Orten, an denen sie sich vor Eindringingen verstecken können, schaffen Betrachter riesige Höhlen und Tunnelkomplexe, die ihnen als ihr Königreich dienen und andere Unterweltbevölkerungen und Ökosysteme enthalten. Als territoriale Eiferer übersäen Betrachter ihre Höhlen mit abgedeckten Grubenfallen, einklappbaren Decken, schwer zugänglichen Türen und anderen ausgeklügelten Hindernissen. Einige Betrachter wählen die bizarrsten Orte für ihren Hort oder Unterschlupf. Von schwebenden Inseln in den Astralebenen bis hin zu versteckten Höhlen tief unter der Erde. Es gibt Berichte von Betrachtern, die in den Ruinen alter Zivilisationen hausen, verborgene Bibliotheken bewachen oder sogar in Trümmern versunkener Schiffe auf dem Meeresgrund lauern. Obwohl Betrachter nicht für ihr musikalisches Talent bekannt sind, haben sie eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Nachahmung von Stimmen und Geräuschen. Betrachter nutzen ihre Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, nicht nur für die Kommunikation. Diese linguistische Vielfalt ist ein Werkzeug der Manipulation und Täuschung, die sie verwenden, um Eindringlinge in die Irre zu führen oder in Fallen zu locken. Sie verstehen es meisterhaft, Informationen zu ihren Gunsten zu verdrehen, Lügen glaubhaft zu machen und in Verhandlungen können sie durch Überredungskunst und das Versprechen von Macht oder Schätzen andere Wesen als Spielfiguren in ihren komplexen Plänen einsetzen. Ihre sprachliche Versiertheit ermöglicht es ihnen, Spione, Verräter und sogar Anhänger für ihre Sache zu gewinnen, indem sie Hoffnungen wecken oder Ängste schüren. Betrachter bevorzugen es, allein zu schlafen, eingehüllt in die Sicherheit ihres Horts oder Unterschlupfes, wo sie Fallen und Magie nutzen, um sich vor Eindringlingen zu schützen. Sie schlafen mit einem Auge offen, metaphorisch und bildlich gesprochen, da ihr Hauptauge tatsächlich sich schließt, aber die anderen kleinen Augenstile wachsam bleiben. Das ist auch notwendig, denn wenn sie nicht aufpassen, so fürchten sie, könnten sie überrascht werden und durch ihre Träume einen anderen Betrachter erschaffen, der sie direkt in einen Kampf verwickeln würde. In ihren unzähligen Jahren der Existenz sammeln Betrachter Schätze und Artefakte, stehlen sie von anderen, die es wagen, ihr Territorium zu betreten. Diese Sammlungen bestehen oft aus mächtigen magischen Gegenständen und Relikten, die die Betrachter sowohl als Trophäen als auch als Werkzeuge zur weiteren Absicherung ihrer Macht betrachten. Einer der bemerkenswertesten Betrachter in der Umgebung der Vergessenen Reiche ist Xenathar. Er ist einer der wenigen Betrachter, der mit anderen interagiert und die Diebesgilde in Tiefwasser bzw. Waterdeep leitet. Xenathar weiß einiges und seine Position als Chef des Verbrechersyndikats in einer der wichtigsten Städte in D&D beweist das. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wozu ein Betrachter fähig ist, wenn er sich entscheidet, seine Isolation zu verlassen und in den Bereichen der Gesellschaft zu arbeiten. Aber er ist nicht nur gefürchtet und verfügt über Einfluss und Macht, sondern er besitzt auch eine ungewöhnlich tiefe Zuneigung zu seinem Haustier, einem Goldfisch namens Silger. Diese Beziehung verdeutlicht, dass Selbstwesen von immenser Macht und tödlichen Fähigkeiten unerwartete Seiten haben können. Es wird gemunkelt, dass Xenathars Launen und Entscheidungen stark von seinem Wohlergehen und der wahrgenommene Bedrohung gegenüber Silger beeinflusst werden können. Durch ihre natürliche Fähigkeit zur Levitation erhalten Betrachter nicht nur eine erhöhte Mobilität, sondern auch einen einzigartigen taktischen Vorteil. Sie können sich rasch bewegen, Höhenunterschiede überwinden und aus sicherer Entfernung angreifen, ohne direkten Bodenkontakt befürchten zu müssen. Diese Schwebefähigkeit erlaubt es ihnen, Hindernisse zu umgehen, sich dem direkten Angriff zu entziehen und aus verschiedenen Winkeln zu attackieren, was ihre Unberechenbarkeit im Kampf verstärkt. Diese Beweglichkeit kombiniert mit einer Vielfalt an Angriffsstrahlen macht sie zu einem Albtraum für jede Abenteuergruppe. Die Präferenz der Betrachter für dunkle Orte ist eine bewusste strategische Entscheidung. Die Dunkelheit dient ihnen als Schleier, die ihre Aktivitäten verbirgt und gleichzeitig eine psychologische Waffe gegen Eindringlinge darstellt. In den Schatten können sie unerkannt lauern, Fallen stellen und ihre Feinde aus dem Hinterhalt angreifen. Die Dunkelheit verstärkt teilweise auch die Wirkung ihrer Strahlen, macht ihren Hort zu einem Labyrinth voller Tücken und verwandelt ihre Anwesenheit in eine ständige, unsichtbare Bedrohung. Mit ihrer außerordentlichen Intelligenz sind Betrachter fähig, komplexe und weitreichende Pläne zu schmieden. Ihre intellektuelle Überlegenheit ist ein Schlüssel zu ihrer Dominanz. Die extreme Paranoia eines Betrachters beeinflusst viele seiner Handlungen und Entscheidungen. Diese ständige Wachsamkeit führt oft zu komplexen Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Unterschlupf. Die Horte der Betrachter sind wahre Meisterwerke der Paranoia, ausgestattet mit Labyrinthen, Fallen und Rätseln, die speziell darauf ausgelegt sind, Eindringlinge zu verwirren und zu vernichten. Ihre Bauwerke sind ein Spiegelbild ihrer Persönlichkeit, voller Räume, die keinen offensichtlichen Zweck erfüllen, außer der Manifestation ihrer Paranoia und ihres Genies. Betrachter haben die beeindruckende Fähigkeit, Diener zu erschaffen oder zu kontrollieren. Diese Vasallen reichen von magisch erschaffenen Kreaturen bis hin zu unterworfenen oder verzauberten Wesen. Diese Untergebenen führen eine Vielzahl von Aufgaben aus. Sie verteidigen den Hort des Betrachters, sammeln Informationen, locken Abenteurer in Fallen oder dienen als zusätzliche Kampfkraft. Die Fähigkeit, ein Netzwerk treuer Vasallen zu unterhalten, gibt Betrachtern strategische Flexibilität und erhöht ihre Reichweite weit über ihr unmittelbares Territorium hinaus. Ihre eigene Schöpfung und Kunst spiegelt die Tiefe ihrer Fremdartigkeit und Komplexität wieder, während sie paradoxerweise Werke anderer mit Verachtung betrachten. Betrachter existieren in zahlreichen Abwandlungen, jede mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und Merkmalen. Der Beobachter oder Spectator beispielsweise ist eine kleinere, wenigere mächtige Variante, die oft als Wächter für mächtige Artefakte oder Schatzkammern beschworen wird. Im Gegensatz zum klassischen Betrachter, der über zehn Augenstiele verfügt, besitzt der Beobachter oder Spectator nur vier, aber behält die Fähigkeit zur Levitation und besitzt einen ähnlichen Antimagiestrahl wie sein mächtiges Gegenstück. Eine weitere bemerkenswerte Variante ist der Todestyrann, ein Betrachter, der in nekromantischen Energien getränkt wurde und die Fähigkeit besitzt, Untote zu kontrollieren und zu erschaffen. Todestyrannen nutzen ihre dunklen Kräfte, um Armeen von Untoten zu befehligen, was ihnen in Gebieten, wo der Tod allgegenwärtig ist, eine erschreckende Präsenz verleiht. Nicht zu vergessen sind auch die Gauts. Kleinere Betrachter, die magische Energie aus Gegenständen und Zaubern saugen können, obwohl sie nicht die Vielfalt an mächtigen Strahlen ihres größeren Verwandten besitzen, sind die Fähigkeiten, magische Energie zu entziehen und zu speichern, nicht zu unterschätzen. Diese Abwandlungen der Betrachterfamilie zeigen die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit dieser Wesen. Ob als einsamer Wächter, als Anführer einer untoten Armee oder als Parasit magischer Kräfte oder Anführer eines Verbrechersyndikats, Betrachter und ihre Varianten bieten eine unerschöpfliche Quelle von Herausforderungen und Geschichten für Abenteurer und Dungeon Master gleichermaßen. Wenn du übrigens noch weiteres unnützes Wissen über D&D Monster wissen möchtest, dann lass gerne ein Abo da und seh dir dieses Video als nächstes an.